Was ist die Musik? Was ist die Musik? Was ist die Musik? Cool! Lebenseinstellend. Die Musik ist pure Liebe. Freude macht den Tag schön. Das ist so zusammenkommen von vielen verschiedenen Kulturen, die halt dieselbe Musik mögen und was man sich halt austauschen kann. Alles! Das ist komplett was anderes, als was man hier an Musik erlebt. Mein Leben, weil dadurch habe ich sehr viele gute Freunde gefunden. Einfach, jeden Tag viel mehr Spaß am Leben, weil mich die Musik so glücklich macht und ich so viele coole Leute getroffen habe, die meine Leidenschaft teilen. Beste Musik!